ooooh damit hat er nie gerechnet mann bam bam jo leute ein bombas guten tag und willkommen zu einer runde super smash mobs auf dem mineplex server und ja wir spielen das kit allen golem und ich erinnere mich an dieser stelle bitte jetzt die sachen zu verlinken und das hat ihm wirklich gezogen ja gut habe ich gesagt wir sind schnell ausgewichen er ist nicht gerade der schlauste kann sein gut damit habe ich jetzt nicht unbedingt gerechnet aber damit hätten wir den first kill erreicht aber dieser creeper der nervt mich ein ja gut au und damit wäre dann unser erstes leben weg was ein bisschen doof ist aber nicht weiter schlimm ist er tot ich glaube er ist tot und damit hätten wir dann der enderman ist nicht gerade der beste spieler ooooh ey geh weck geh weck geh weck geh weck ey was machst du da so ein vollidiot na ich bin der beste ja bam voll in deine presse digger und damit wärs das dann mit der ersten runde wir haben richtig rasiert und haben ein leben verloren und sehen wir uns gleich in der nächsten runde willkommen zurück zu einer weiteren runde und wir sind wieder der iron golem gleich spielen wir mal was anderes ja gut es war natürlich nicht so gut und jetzt barm in your face und da haben wir schon wieder eingekillt baby ich trefft auf jeden fall dieser hook trifft bei mir nie es ist so lächerlich ein halbes herz kann man mal machen also dieser nein ich hätte den seismic slam habe ich schlecht gott geht aber mich nervt dieser typ da oben da muss man mal jemand hinkommen so dass keiner den einfach angreift das ist einfach das verwunderlich was so ein eingebildeter nein oh danke dass er mich gerettet hat oh das hat er gut gemacht aber jetzt bang das ist kaputt oh ich habe ihn getroffen ja das mag er nicht das mag er nicht das mag er nicht bam bam digger was und bam in your face alter ja genau das ist schon krass bam kaputt bist du jetzt kaputt es kaputt ja er ist wirklich ein camper dieser enderman alter ist das nervig ich gehe jetzt extra mal auf den enderman weil der mir nicht gefällt was der macht ich gehe jetzt extra mal auf den enderman weil der mir nicht gefällt was der macht der enderman ist noch nicht tot gewesen nein man es ist echt so ein camper ja leute enderman sind camper das ist nun mal so das steht auf minecraft wiki das könnt ihr nachlesen und da hat der camp auch gewonnen das ist schon bitter was der macht richtiges arsch gesicht ist das richtiges arsch gesicht aber ihr könnt neun so jetzt machen wir mal was er macht und uns hier vercampen kemper versus kemper das ist jetzt nicht die frage so was ja ok leute dann sehen wir uns gleich in der nächsten runde hoffentlich mit einem anderen als diesen scheiß kemper da der dann sagt dass wir die anderen kemper werden naja soll mal bitte sein dick sacken und später leute hier leute willkommen in der dritten runde und ich bin schon wieder mit dem kemper ja wir töten den enderman jetzt ja er tötete uns einfach in der luft nope not with me ja enderman ist tot skelett auch creeper auch alter kill story und das skelett man blöde enderman komm her komm her krasser boy hier ich glaube unbenannt mc ist wir überleben die ganze zeit richtig krass knapp nein fuck und damit wären wir dann das erste mal tot und dann wären wir ja da los er verkämmt sich schon wieder einfach ich ziehe einfach immer zu hoch wo ist denn unbenannt mc der hat mit mir gleich leben das ist eigentlich nicht so cool kaputt bist du und kaputt bist du oh fuck ich finde das immer so dumm und er ist kaputt kaputt bist du kaputt na na noch einmal werde ich fragen äh oh fuck ich hatte keine chance mehr jetzt ist nur noch unbenannt und co da der camper aber als skelett kann man eigentlich auch nicht viel machen ja er ist kaputt ich habe noch zwei leben und der nach eins ich mache vielleicht ganz ganz viele kill zusammenschnitte boom 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 wir müssen schon mal das boom schreiben yeah like a pro gamer und das war's dann leute ich nehme gleich noch eine runde auf weil mir das spiel jetzt gerade so viel spaß macht da spiel ich dann vielleicht mit einer anderen und dann sehen wir abo like nicht vergessen und dann sehen wir uns bald wieder tschüss 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 und dann sehen wir uns bald wieder tschüss